Nee, nein, nein, nein Den ganzen weg glaube ich jetzt nicht noch mal Heftig, das ist ja Heftig Was haben wir noch für Welten? Du warst ja kaputt, was warst du denn mal mit der Welt? Ach ja, mit dem Doppelboss. Du warst mit dem Feuerboss, äh, zykkerli Oh, I'm running out of everything I see So, 3,8. Ja, du solltest noch mal ne Ausrüstung reparieren. Kannst du das aufwerten? Du kannst du Das geht nicht, weil Mir ein Schafsternklumpen fehlt. Schade Hör mal ein bisschen mein Schild auf Geil, das war so blöd. Und wir haben ja noch eine Einzige Welt, die wir noch gar nicht anguckt haben. Teil der Schändung Feuchteteil ist eine Zufahrt der Vergessenen. Seine vergiften, solchen geheimgesucht Bewohner erwarten auf ihren Tod und greifen alle Passizierenden an In der Hoffnung, ihre Sehnen der Frau dazu bieten, die ihnen eins Mitleid schenkte Dann gucken wir noch mal in die letzte Welt rein Schlucht der Verkommenheit Na ja Das sieht Das sieht einladend aus Hä? Okay, ich starte hier Oh, halt habe ich mich vor mich selber erschreckt Ach, es geht da hoch Ah, okay, ich bin Königstelotis bekommen Äh, wird Gift entgegen? Ich habe das Gefühl Das wird wichtig Das wird wichtig Wenn hier solche so ein scheiß sind Und man direkt am Spawn eins kriegt Das wird wichtig Ihr seid auf jeden Fall schon mal Also Kann euch relativ gut mit Magie und so Ähm 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 Hier, ja kommt da noch mehr oder was wird jetzt das war es anscheinend und ich komme nicht mehr hoch wo soll ich dann hin ja nee ja nee das ist jetzt nicht ein ernst oder dass die ganze da unten kämpft mich jetzt nicht an also dass du mich jetzt gleich treffen kannst wenn ich mich ungeil wäre ich zu sein ach so wenn du springen willst dann springen halten ich halte ich ja nicht auf verlobst es ist eine sehr interessante gegend dieses geatmen alter das ist richtig delicious hast du hier wartet die schon warte mal hat man jetzt mal ein und treiben zu müssen immerhin einer weniger was mit dir hast du bock dich da unten zu bewegen oder bist du jetzt auch so du sagst ich bleib hier oh nein legit gehst du weiter komm da raus jetzt ach du bist echt nervig okay ich weiß nicht wo man hin zaubert aber er zaubert irgendwo hin ja das wusste ich saß da nicht noch jemand nö anscheinend nicht doch da saß jemand aber der jemand hat keine lust mit mir zu kämpfen dass die einfach jedes mal schnell sich nein belastend über den kleinen steg gut da kann ich verstehe mit denjenigen mit der feuer land da weg haben wir am nächsten nein hat und da wollte ich gerade irgendwie nicht zaubern das war irgendwie äh keine weird wie komme ich denn da hoch wo derjenige ist mit dem ich mit dem ich wait warte mal momentchen leute bevor ich hier 50.000 items liegen lasse hat absolut nicht sein muss dann so oder du stehst doch gleich auf oder keine leiche hat einfach so eine fackel in der hand auch bei die menschen nichts könnte ich jetzt aussuchen wie kann ich denn so schon mal nicht kann ich überhaupt hier kann ich nur gut witwin lotus und gottes talismann nett 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 finde es schön den ganzen tag nicht anderes machen als auf mich zu warten so unter motto dann wird schon irgendwann jemand vorbeikommen diese geduld hätte ich gern mal die ganze tag wirklich zu warten bis jemand vorbeikommt okay doch mein lieber sogar drei wieder aufstehen dass wir noch zwei je mehr desto besser so mehr spaß habe ich mehr sehen kriege ich aber absteigen muss ich denn ich wäre besser runter gestiegen anscheinend den ganzen weg noch mal okay 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 hoch ich werde fast wieder falsch gelaufen ich muss jetzt so weiter runter kommen hier ging es aber nicht weiter in die richtung ich meine wenn man die von weiter weg bekämpfen kann und so sind die ja echt easy aber so von näher dran ist hat echt nervig mal den kleinen messer schon dann ganz schön zu bolzen wenn wir wollen ich sage doch ist mir egal was du sagst okay das ist manchmal sehr weird wo er hin zaubert um ehrlich zu sein ich muss weiter runter dafür du die wand erhauen bringt dir gar nichts ich bin hier oben kumpana okay ist wieder irgendwer irgendwo runter gejumpt amil wenn es spaß macht was ist denn mit uns jetzt hier ich höre dich leider nur ich sehe dich nicht wo zur hölle bist du da warst du nice hier aber den da oben bin ich auch noch gerne weil er sonst mit sicherheit irgendwie so ein jump nach unten macht wenn ich vorbeigehe so da ist erstmal die feuerlands im rück drücken ist jetzt nicht also muss nicht sein muss nicht sein wird sich so als wäre ich da irgendwie verfallen guten abend isi wie geht's dir hi na du mein tag bis jetzt schön dich zu lesen die geben auch heilung also heilungs items okay lol bist du gerade hochgeschwebt weil es ist eine leiter hier ach ne ach nein also ja und nein ich weiß nicht ein bisschen merkwürdig ist ja und nein aber es ist ja so ne der kann man gar nicht von da wo ich dachte dass er kommt okay einer weniger kann ich jetzt wo kommst du hinter mir her bitte und warum tust du das unhöflich sonst noch jemand von oben oder war es das jetzt mit den surprise attacks hier 1 1 2 ist jetzt nicht unbedingt das beste was hier ist ja ich kann davon kein von hier oben tagten als ob nobody okay dann müsste da noch einer sein wo ich nicht ganz weiß wo der hin ist kommt weil ich jetzt auch unternehmen aber hier von oben kommt noch einer wo zum koko kommst du her ich sehe schon auf der map hier wird es spaß haben mit den ganzen gegner von oben und dir cutie das ist schön soweit geht es ganz gut ich habe heute nicht so meinen besten tag um ehrlich zu sein aber wird wieder okay das letzte dass hier mindestens drei leute aufstehen das gar keine aufsteht hätte ich jetzt nicht erwartet um ehrlich zu sein ich höre euch ich höre euch aber ich sehe euch nicht mir ist es lieber andersrum dass ich sehe aber nicht höre okay ich wünsche es gäbe irgendwie mods für demons holz und wenn es auch nur eine reiselatene wäre das würde mir schon ungemein helfen ich bin wirklich nicht ich bin jetzt da genau deswegen mag ich dann ab und an auch an deutschen tagen wenn es nicht so gut geht zu streamen weil ihr dann da seid und immer so cute und nett zu mir seid und das ist immer super schön und ich habe mir wirklich schiss dass irgendwann diese oh 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 da waren komische verloren mit vielen vielen augen warum gibt es sowas habe ich geschlägert immer noch nicht ach doch habe ich immer zu halten so ist jetzt nicht so als würde ich das lieben dass es hier käfer gibt also wenn der heiligen gewandt heiligen lässt du mich gerade mal kurz gucken was für sachen sind dass wir extremst nett von der bin ich instant überladen wenn ich das anziehe jetzt im ernst wow ok schade mpc klar das porscheid ist sehen und erwartet ich bin eine bade kette nennen kette panzer ketten ketten stellt tp über zeit wieder herr ok so let me give you some advice mhm this place buzzes with pastes fattened on a diet of souls you could do worse than keep some lotuses for protection the price of survival can never be too high can it ich habe einfach gerade für dich nicht genug sehen um irgendwas zu kaufen auch wenn ich es gerne würde ok ok und eine ratte war ja dahinten ok mist sonst noch was nein also ich muss jetzt sagen so geil finde ich das gebiet jetzt nicht ich finde es eher ekelhaft ok da komme ich so nicht drüber ok da komme ich so nicht drüber hallo 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 wazum hat mich denn gerade hier getroffen ist aber nicht dieses komische zottelding da hinten oder Cent A uue uue uuue uuue uue Sorry, dass ich in dein Reich gekommen bin. What the fuck, Alter. Schlimmer deine Nuggets. Das ist gesünder. Warte, kommst du wieder runter hier. Da wollen wir, dass die sich reich an Seelen gefressen haben, geben die aber nicht viele, du. Ich hatte nicht der Wahl, daneben zu sterben, um ehrlich zu sein. Ah, stehe wieder auf. Okay, I got you. Nein. Wenn es weitergeht, muss ich bald wieder mit Nahkampfwaffen ran. Was ich bei denen eigentlich nicht so geil finde, um ehrlich zu sein. Hi, B, Marcel. Ich hoffe, die Dusche war angenehm. Wie viele sind denn das nur allerdings? Wo seid ihr? Wenn ja, wie viele? Nett, dass du vorkommst. Wenn ich gerade nicht treffe, ist es trotzdem herzartig. Was ist denn von dir? Ja, Kirona. Hm, 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 hm. Ah, oh. Okay. Den Chargeangriffen von... Achso, der ist von da drüben schon angekommen. Oh, ich bin hier fast drunter gefallen. Ich habe mich für die letzte Welt entschieden, bei der wir noch nicht waren. Weil ich auf der anderen Map den Boss gefunden habe. Und einfach ewig kein Lagerfeuer und ich... Also Bonfire und da ich keinen Bock habe, diesen Weg schon nicht zu laufen, habe ich mir gedacht, dann ja, schau auf den Boss. Hängst du da fest, mein Freund? Ja, nett. Die kann ich jetzt wirklich... Ah. Aha. Glaube ich. Ja, weil jetzt mit diesem scheiß Weg da laufen... Ah. Nope. Habe ich absolut keine Lust zu. Aber jetzt habe ich mich nicht mehr fährt schon der ganze Weg, wenn ich hier wieder laufen darf. Von da kommen die beiden. Ach nein. Gucken Sie mal an. Das war ich höchstens, von wo die frechenden Kerle kam. Hör auf auszuweichen. Hör auf auszuweichen. Die sind die meisten sind, um echt zu sein. Hör auf auszuweichen. 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 Hör aufzuweichen. Hör aufzuweichen. Hör aufzuweichen. Hör aufzuweichen. Hör auf auszuweichen. Genau, komm mal her. Kommen sie mal ran, junger Mann. Gucken sie mal, was du ein tolles Schwert ich hab. Toll, gell? Supi. Okay, dicken komischen Würmerdinger spawnen auch wieder her. Problem ist halt, ich weiß nicht, was der... ...sonst macht. Hm.